Hallo und herzlich Willkommen bei Inka World. Mein Name ist Elke Steinbach und ich heiße Hans-Martin Beck. Wir beide betreiben diese Plattform zusammen rund um die spirituelle Tradition der Hochanden und wir möchten diese schöne Weisheitslehre gerne im deutschsprachigen Raum noch bekannter machen. Ich selbst habe diese Inka Tradition etwa 2007 kennengelernt und ich war von Anfang an begeistert von diesem einfachen aber auch so schönen Weltbild, das einfach nur vermittelt, dass wir Menschen ohne jegliche Vorbedingungen das Recht auf ein Schönes, auf ein Zufriedenes und auf ein harmonisches Leben haben. Das einzige was wir tun müssen ist uns mit der Energie des Universums zu verbinden und diese Energie ins Fließen zu bringen. Was mich an der Inka Tradition besonders begeistert, das sind die Übungen oder die Techniken die es gibt und zwar brauchen wir lediglich die Hilfe unserer Intention oder unsere Vorstellungskraft um die Techniken der spirituellen Tradition durchzuführen. Wir brauchen keine Trommeln, keine Rasseln, wir müssen keine Körperhaltung einnehmen oder besondere Atemtechniken nutzen, sondern es ist einfach in uns drin, sehr diskret. In meinem Leben hat es mir schon sehr viel geholfen. Ich habe Beziehungen zu anderen Menschen verbessern können, sowohl im privaten Bereich, mit Freunden oder Familienmitgliedern, aber auch bei der Arbeit. Ich werde mit der Hilfe dieser Energiearbeit einfach effektiver und besser. Elko und ich, wir vermitteln gemeinsam das spirituelle Wissen der Inkas in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Für Gruppen, die nicht unbedingt reisen möchten, haben wir ein Workshop-at-home-Konzept entwickelt. Das bedeutet, wir kommen zu euch und wir unterrichten euch vor Ort. Von Zeit zu Zeit laden wir auch Lehrer und Meister aus Peru ein. Wir organisieren mit ihnen hier vor Ort Kurse. Sie geben Einzelsitzungen, aber auch des Bacho-Zeremonien. Und daher findest du hier auf inkaworld.com eine Übersicht über unser umfassendes Kursangebot, als auch die spirituellen Reisen, die wir in Peru, aber auch in Europa hier durchführen. Du findest eine umfassende Bücherliste und Literaturhinweise. Es gibt Videos und Interviews und es gibt ein großes Glossar von den ganzen Ketschua-Begriffen, die wir sehr oft benutzen in dieser Tradition. Wir haben auch einen Shop auf dieser Webseite, auf dem wir handgewobene Textilien der indigenen Bevölkerung aus Peru anbieten, aber auch T-Shirts, die wir haben produzieren lassen. Schau einfach mal rein, vielleicht findest du etwas, das dir gefällt. Und auch sonst, vielleicht findest du auf der Webseite irgendetwas, was dich interessiert. Wir würden uns freuen. Vielleicht bis bald und vielleicht bis bald. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.